Das ist der Peter, Big Boys Podcast, Episode Something. Wir haben uns gedacht, wir haben nie über Covid gesprochen, also bis sie in so Fragen und Antworten hatten, aber nie eine full-on. Und jetzt reden wir über Covid. Ich bin ein regulärer Sesselpupser und um acht Seiten Gitarrenspieler. Der Peter hingegen ist tatsächlich ein Scientist. Was hast du studiert? Genau genommen habe ich einen Bachelor in Bio und einen Master in Medical Biology. Okay, aber du bist kein Viren-Specialist? Nein, ich bin Molekularbiologe, wenn man es richtig runterbricht. Okay, aber rein auf einem wissenschaftlichen Bereich bist du einen Riesenschritt näher zu dem ganzen Thema als ich, weil ich sitze in Finance und spiele in Battle Bands. Ja. Also, ich meine, ich habe vielleicht kurz zu der Sache. Dieses, das tatsächliche Coronavirus, SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus. Ich bin ein RNA-Mikrobiologe. At least I know how the thing works. Ja. Rein von der Hinsicht. Ich habe jetzt nicht unbedingt in der Virologie geforscht. Okay. Ich habe aber mit Viren gearbeitet. Ja. Ich habe, mehr oder weniger habe ich sie verwendet, um Sachen zu machen und tatsächlich Zellen zu infizieren und dann mit, also so, dass die Zellen machen, was ich will, nicht, was sie wollen. Ja. Und ich habe auch in einem Pharmaunternehmen dann Sachen getestet, ob sie viral belastet sind. Also auch mit der Viren-Testung habe ich zumindest Hands-on-Erfahrung. Ich habe das selber über ein Jahr einfach durchgeführt. Ja. Also du verstehst auch die Dynamik von, wie sowas spreaden kann? Meine Ausbildung war nicht darin. Ich habe natürlich hier und da ein bisschen was gelernt mitbekommen und so. Und auch jetzt aus meiner beruflichen Lage, wo ich eben wissenschaftliche Projekte manage und Förderanträge schreibe, da sind auch einige Epidemiologie-Sachen dabei, beziehungsweise waren natürlich auch Anträge für Forschung für Covid dabei. Ja. Habt ihr schon einiges mitbekommen? Okay, weil ich glaube, ich glaube eine, und das denke ich mir schon seit ich es gelesen habe, dass das in Wuhan spreadet und sich sehr fleißig verteilt überall, habe ich das immer schon gedacht, okay, so ein Virus und die Dynamik dahinter, habe ich schon immer genauso als eine Art Naturgewalt gesehen. Wie eine Überschwemmung zum Beispiel oder ganz schlimme Stürme oder sowas. Ja. Aber ich glaube, eine große Problematik für eben die General Population, wo ich ja ein Teil davon bin, ist es immer, dass man diese Gefahr nicht wahrnehmen kann. Ja. Und dass das ein sehr ausschlaggebender Punkt ist, weil normalerweise, also in unserem Naturell ist es natürlich, wenn wir eine Gefahr sehen, laufen wir in eine andere Richtung. Das ist, wenn jetzt eine Überschwemmung kommt, dann renne ich in eine andere Richtung. Oder wenn viele Leute in diese Richtung rennen, dann ja, voll, ja. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das wird unter anderem eine Challenge werden, ja, diese Situation und was da passiert, das auch als dieses darzustellen und zu verkaufen, ja. Also das, was es ist, eine Naturgewalt, mit der man nicht verhandeln kann. Du kannst dem Wasser nicht sagen, hey, ich gebe dir das und das und du machst das und das nicht, ja. Die Sache ist halt nur, dass alles so abstrakt ist und so unfassbar klein und auch zeitverzögert, ja. Weil es ist auch zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, das wirklich mit einer großen Naturkatastrophe vergleichst, du siehst allein, was in Österreich, also in Österreich gibt es ja keine Wirbelstürme, sondern da gibt es Überschwemmungen und Muren und sowas, ja. Und das Ding kommt und zerlegt alles und es ist da und du siehst alles auf einmal, ja. Und es passiert und bam, ja. Und in der jetzigen Situation ist es so, wenn es jemanden betrifft, dann weiß die Person schon zwei Wochen lang nicht, dass man betroffen ist, ja. Was es noch mehr abstrahiert, weil normalerweise, wenn was passiert, dann passiert es und meine Situation hat sich geändert, ja. Aber so hat sich schon geändert, ohne dass ich sehe. Das heißt, du hast diesen Zeitfaktor dann auch noch, ja. Ja, das ist was absolut, es ist definitiv etwas, womit viele, viele Menschen sich noch nie beschäftigen mussten. Ja, voll, das stimmt schon, ja. Und hast du das Gefühl, dass das, so wie ich das jetzt gesagt habe, dass das vielleicht Leuten helfen könnte, diese Situation besser wahrzunehmen? Weil ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, gut, irgendwer versucht es so zu erklären, ja. Das stimmt, ich denke schon, ich meine, es ist immer so ein klassisches, ähm. Weil man vergleicht es mit anderen Krankheiten und man vergleicht es mit, ja, wenn jemand die Grippe hat und das handelt dich an, dann hast du es auch, ja. Ja, aber zugegebenermaßen, Grippe gibt es halt schon voll lange, ja. Und auch immer, wenn die Grippezeit ist, machen die Leute auch nicht viel anders. Genau, aber das Ding ist halt... Manche lassen sich impfen, aber hast du jemals das Gefühl gehabt, okay, boah, es ist Grippezeit, ich bleib zu Hause? Nein, weil viele, weil es blöd gesagt ein bekanntes Etwas ist. Ja, okay. Genauso wie bei einer Überschwemmung, wenn du weißt, ah, wenn das Wasser kommt, dann will ich nicht dorthin, sondern will ich dorthin. Weißt du bei, ah, die Grippewelle, wenn ich diese und diese und diese Symptome habe, naja, dann geht es mir vermutlich die nächsten Tage so und so. Aha. Und in sieben Tagen geht es mir wieder ein bisschen besser. Ja. Grippen sind ja als soziales Phänomen schon, was hunderte Jahre wirklich gut beschrieben und auch wie man es behandelt und weiß ich was alles. Aber du weißt... Nein, und das Ding ist eben, dieses Virus und diese Pandemie ist vorhin so, ja, aber manche Leute kriegen das, manche Leute haben nichts. Man weiß, muss ich jetzt das machen, muss ich nichts machen, habe ich es? Und es ist einfach urschwer, viele Leute sind dann auch in der Hinsicht vielleicht ein bisschen überfordert und da gibt es natürlich die ganzen Leute, weil es auch überfordert sind und das dann vielleicht als Coping-Mechanismus verwenden. Weißt du, dieses, oh, Donner, ah, it's four. Weißt du? Ja, ja, voll. Ja, nein, aber für mich ist das, zumindest für einen Teil der Leute, ist das ein ähnliches Coping-Mechanismus. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, deswegen habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder das ist irgendeine Deity oder, ah, I don't believe in it. Ich kann es ja nicht sehen, also glaube ich es nicht. So was. Stimmt. Ja, aber vielleicht würde es einigen Leuten helfen, es mehr als Naturgewalt zu oder darzustellen. Schon, oder? Möglich. Weil das ist, was ich sage, für mich ist es das next best thing. Ich meine, ja, das next best thing ist ein anderer Virus, den man kennt, ja, aber es ist noch immer abstrakt, weil es so klein ist. Und vor allem ist dann halt die Gefahr, nur es übergeht. Also eine passende Metapher zum Finden, natürlich hinkt es, das zu vergleichen mit einer Naturgewaltigung, aber ein Virus ist ein Aspekt der Natur. Ich meine, ja, okay, in dem Fall wurde er teilweise von Menschenhand oder wurde die Umgebung hergestellt, wo sich das hat bilden können. Wenn man von dem ausgeht, dass mit diesen Wet Markets und so, weil natürliche Wet Markets gibt es nicht, deswegen, ja. Eh, aber das kannst du bei jeglicher andere Naturgewalt mittlerweile auch schon sagen, dass die ganzen tropischen Stürme auch mehr oder weniger hervorgerufen werden. Earthquake Machines. Harp Machine. Aber Harp ist zugesperrt schon vor Bayern. Still, they be controlling the weather. Offiziell. Naja, stimmt, stimmt. Naja, aber, weißt du, worauf ich hinaus wollte. Ja, ja. Aber wir sind zu klar. Und trotzdem ist es jetzt schon seit mehr oder weniger dreiviertel Jahr, dass es uns alle beschäftigt. Ja, länger sogar schon. Man kann schon sagen, wir haben jetzt eigentlich schon Jubiläum. Weil ich glaube, so vor ziemlich, ziemlich vor einem Jahr. November wäre Passion Zero circa, Oktober, November. Ist schon richtig. Deswegen, ha, nicht hier, das ist halt das. Okay, was können wir, wir als, nicht nur als Österreicher, nicht nur als Wiener, sondern was können wir als Szeneleut machen, dass wir trotzdem unsere Sachen weiter tun und trotzdem unsere Szene und Community supporten. Oder ich gehe einen Schritt zurück. Oder ich gehe einen Schritt zurück. Wie, wie schaut dein Alltag aus überhaupt? Ja. Was ist dein Teil, den du beitragst zu dem, dass es nicht completely haywire geht? Achso, naja, ich bin im Homeoffice. Ich habe zum Glück einen Job, den ich zu 100% daheim machen kann. Alle Meetings remote. Sonst brauche ich einen Browser und Microsoft Office. Also kann man alles von daheim aus machen. Ich gehe halt nirgends hin, wenn es nicht sein muss. Was meinst du mit nirgends? Ich gehe einkaufen. Ja. Und wenn ich wirklich irgendwas brauche, weil etwas kaputt gegangen ist oder weil es halt ein richtiges Bedürfnis ist, dann würde ich mir das holen. Aber so zum Beispiel so eine Kulturveranstaltung oder so, gehst du gar nicht. Nein, im Moment. Nein, ich habe mehrere Einladungen schon dankend abgelehnt, weil es meiner Meinung nach zur Zeit nicht notwendig, das ist das falsche Wort, aber für mich ist es nicht notwendig. Natürlich geht es mir ab, aber ich denke mir, ich kann auf andere Art und Weise diese Kultur, die ich gerne erfahren möchte, dabei zu mir nehmen. Oder enjoyen. Beziehungsweise, was ich gesehen habe, natürlich sehe ich es, du drehst ja weiterhin zum Beispiel Musikvideos. Genau. Das mit Brillenkirchen. Das schon, das finde ich. Und Riverside Crow. Ja, das war mein erstes zu Zeiten, wo... Wie heißt es schon mal? Was? Die Band? Nein, 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 was ist jetzt? Red? Red Lights. Red Lights. Ja. Vor kurzem rausgekommen. Peter hat es gemacht. Gemeinsam mit dem Alex Hörert. Genau. Der hat Post Pro getan. Schnitt. Color Grading kommt. Also wieder. Ja. Dream Team. Danke. Nein, also das sind... Wir haben es eh schon mal angesprochen, ein paar Musikvideos Drehs habe ich schon gemacht in den letzten Monaten. Waren jetzt keine sonderbar großen Produktionen oder so irgendwas. Es waren noch wenige Leute und ihr habt zu sehen in der Szene Wien geschossen zum Beispiel auch. Genau. Und das waren dann auch zu Zeiten, wo die Infektionszahlen vielleicht nicht ganz so ausgezuckt sind. Ja. Aber ich meine, das hat ja auch gezeigt, dass man mit wenigen Mitteln wie eben Maske tragen und Abstand halten und sich überlegen, okay, wohin platziere ich welche Leute und wie mache ich das? Würdest du sagen, das war extra viel Aufwand oder hat es voll sonnlich schwer gemacht? Nein, das nicht. Aber das ist auch vielleicht, weil die Musikvideos Drehs, die ich habe, eigentlich immer schon doch eher low-key sich. Ja, also das hat sich jetzt nicht sehr viel geändert. Es war einfach nur, dass man halt aufpasst mit Sachen und natürlich die gesetzten Maßnahmen, die der Gesetzgeber vorgibt, befolgt, wenn dort steht, so und so viele Leute, ja, so und so viele Leute, nein. Zum Beispiel ein Musikvideodreh ganz am Anfang des Jahres hat eben nicht stattgefunden. Der wäre mit We Blame the Empire gewesen. Ja. Im Zuge deren Release-Zyklus ist. Aero. Genau. Aero. Weil eben da die Maßnahmen so waren, dass das nicht geht. Und dann muss man auch einfach sagen, naja, ich werde das nicht beziehungsweise auf Zwang versuchen, sondern da muss man einfach schauen, was erlaubt ist und was geht. Also setzt du auch selber Maßnahmen, die eigentlich nicht vorgeschrieben sind, wo du aber selber sagst, du findest es für dich sinnvoller, das trotzdem weiter so zu führen. Ja, das wäre eben zum Beispiel auf die Konzerte gehen, die jetzt möglich sind oder möglich waren. Ja. Da habe ich für mich gesagt, da weiß ich weniger, wo die Leute sind, wo die Leute waren, wie viele Leute kommen, wie die sich verhalten. Da hat man bei einem Videodreh, finde ich, mehr Kontrolle darüber. Oder weiß man einfach, weil es auch eine geringere Anzahl der Leute ist, wie die sich verhalten. Ja. Man hat meistens schon ein bisschen vorher Kontakt und kann vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie die Leute drauf sind. Da war es für mich dann schon okay zu sagen, na, dieses Risiko gehe ich ein. Aber bei einem Konzert, auch wenn es ein Sitzkonzert ist mit Maske und weiß ich was alles, ist es einfach sowas, wo ich sage, das ist etwas, das mache ich jetzt nicht. Auch wenn es erlaubt ist, weil es einfach das Risiko für mich minimiert. Wie ist das bei dir? Ähnlich. Ja, ich meine, natürlich geht es mir furchtbar ab und natürlich sind Live-Konzerte das, was mich am allermeisten unterhält. Und natürlich ist dort auch mein, weiß ich sagen, mein sozialer Lebensmittelpunkt, ja. Außerhalb der Familie, sprich dort sehe ich all meine Freunde und Bekannten und Bandbuddies. ist und da weiß ich, wenn ich da hinkomme, da kann ich eher ich selber sein und ja, das ist mein Safe Harbor, aber ich habe mich dazu entschlossen, das Risiko nicht einzugehen, schlichtweg, weil man nicht so viel über die Nachwirkungen weiß, was sein kann, wenn man es kriegt. Ich meine, natürlich könnte ich darauf vertrauen, auf meine eigene Gesundheit und auf gewisse Tendenzen, wie zum Beispiel, ja Leute zwischen 30 und 40 werden, wenn überhaupt, einen milden Verlauf haben und so weiter und so fort und ich denke mir die ganze Zeit, das ist auch ein wesentlicher Punkt, glaube ich, ich denke mir die ganze Zeit, ich möchte nicht den einen lauter Sexer machen, wo ich dann für drei Wochen im Krankenhaus liege, vielleicht beatmet werden muss und dann mir im Nachhinein für immer meine Lunge oder sonst irgendwie meinen Körper halt ruiniere, nur weil ich mir gedacht habe, mir kann es nicht passieren. Ich war vor ziemlich genau zwei Jahren im Spital, ich glaube zehn Tage oder so, nein, nicht ganz, eine Woche, war ich im Spital, weil ich eine virale Mandelentzündung hatte, die bei 98 Prozent der Leute auch nicht darin entartet, dass du eine Woche im Spital liegst. Also ich verstehe dich sehr gut. Ich habe mich mitten in der Nacht zuerst die Hilfe führen lassen, weil ich nicht mehr runterschlucken und nicht mehr atmen konnte. Also es war schon so, dass ich so, bitte führt mich dort jetzt hin, weil ich habe Angst. Und das ist eben auch etwas, die meisten Leute haben eine Mandelentzündung und nehmen ein paar Schmerzmittel und ein paar Medikamente und passt schon. Und ich habe in meinem Leben schon viele Mandelentzündungen gehabt, aber die ist halt komplett ausgezuckt bei mir. Und wie du sagst, die meisten Leute haben einen milden Verlauf, aber noch besser wäre kein Verlauf, weil es gibt auch eben die Chance, dass du der Gewinner bist und diese unfassbar kleine Chance dich voll triffst. Voll. Und ich habe halt einen gewissen Respekt dazu. Und das Zweitschlimmste wäre natürlich, wenn ich wüsste, ich habe es irgendwo aufgefangen und dann sitzen wir da und treffen uns einmal, weil wir sagen, tausend Chance ist eh nicht so. Und dann liegst du im Krankenhaus mit dem, was ich gerade beschrieben habe. Und ich weiß dann aber im Nachhinein, ah, okay, vermutlich hast du es von mir. Und das denke ich mir aber nicht nur bei dir, sondern natürlich denke ich es mir bei meiner Familie und bei meiner Tochter und bei dir, du bist mein bester Freund. Und bei allen Bands und ich liebe die alle ja. Ja. Und ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn ich daran beteiligt wäre, dass irgendwen dann das schlecht geht oder auch nur einen milden Verlauf hat oder so. Ja. Weil, keine Ahnung, ich möchte nicht die Story halten. Weißt du, vor 20 Jahren, du gehst mir die Rona. Ja. Und ich möchte, wenn das, sollte das jemals vorbei sein, in irgendeiner Art und Form, ich weiß auch, wie das sein wird. We all do. Ja. Möchte ich schon wieder alle gesund und leibernd treffen. Ja. Und, und, und ohne, ohne großartige Sorgen. Und dass wir uns da gemeinsam, wie soll ich sagen, als Gesellschaft wieder, wieder da rappeln. Ja. Ich meine, aber, aber das heißt, wir gehen beide also nicht auf Konzerte. Aber ich meine, ich möchte zumindest von mir aus noch mal sagen, es ist voll in Ordnung, wenn jemand auf ein Konzert gehen will. Es ist eben einfach eine persönliche Risikoeinschätzung, wenn jemand dieses. Einerseits das und andererseits, es gibt auch Konzepte und es wird auch schon, es ist ja jetzt auch schon längere Zeit, also ein paar Wochen. Ja. Ja, noch länger sogar, wo Barbetrieb und Restaurantbetrieb und okay, gut, dann lassen wir halt eine Liveband spielen, und zweit und so fort. Und da gibt es keine bekannten Cluster, dass das voll auf einmal ausgezuckt ist und so. Ja. Richtig. Ich meine, das ist zumindest die letzte, die letzte Information, die es gibt, ist, dass die meisten Übertragungen quasi bei, also in einem, plötzlich in einem heimischen Bereich stattfinden und jetzt nicht in der Gastro, sei es Nachtgastro oder wie auch immer man es bezeichnet. Ja, voll. Also ist es Taggastro, sagt man das? I don't know, wenn es Nachtgastro gibt, was ist dann das? Also Nachtgastro, ich glaube damit ist so gemeint, so Bars und Kinks und so. Ja, na eh voll, aber was ist jetzt, wenn ich, keine Ahnung, um vier am Nachmittag wo essen gehe? Das ist dann die Gastro. Einfach nur Gastro? Ja, ja. Ohne Tag. Okay, ja. Ja, it sounded weird. Ja, ja. Nein, aber es ist, zumindest die meisten beschriebenen... Es ist die Nachtlokale oder so, aber das klingt auch wieder ein bisschen shady. Das klingt, dass der wird ins Blut gehen. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist eben die meisten Cluster oder die meisten Contact-Tracing-Sachen sind ja eben, dass Leute daheim das übertragen haben oder daheim gefeiert haben mit weiß ich wie viele Leute in einem Raum und so weiter und nicht eben in irgendwelche Lokalen. Deswegen ist es voll okay. Und ich finde auch sehr viele Sicherheitskonzepte sehr vernünftig. Vor allem, das hält sich ja eh auch schön brav jeder an, alle gesetzten Maßnahmen. Aber es ist einfach sowas, wo man persönlich entscheidet, diesen einen Schritt weiterzumachen und den muss jeder für sich nehmen. Das ist ja voll in Ordnung. Ich finde es sehr cool, dass es auf jeden Fall wieder Konzerte gab. Ich habe von einigen Bands, die schon gespielt haben, unter anderem The Last Cell habe ich gesehen, dass die eigentlich extrem positiv gegenüber dem Sitzkonzert waren. Die haben gesagt, es war weird. Hachen die Leute einmal zu. Es war weird und man hat natürlich eine ganz andere Interaktion und eine ganz andere Dynamik mit dem Publikum, aber trotzdem positiv erfahren. Es wäre vielleicht interessant, andere Leute, die schon gespielt haben mit so einem Sitzkonzert, vielleicht generell für andere Leute, die sich überlegen, irgendwo hinzugehen oder nicht. Es wäre cool, wenn einmal jemand schreibt oder zusammenfasst, wie es war als Band oder als Zuschauer. Oder muss ich sagen, bei der Spotify Episode, die du unter Thomas gemacht hast, da hat es richtig viel Interaktion darunter gegeben. Ja, auf YouTube. Kann man auf Facebook auch machen oder Instagram, wo man halt quatschen mag. Ich glaube schon, dass es eine coole Erfahrung sein kann und eben auch die ersten Berichte sind positiv. Das ist schon cool. Voll. Lustigerweise glaube ich aber, dass es tatsächlich, weil es jetzt auch wieder in den Nachrichten war, dass zum Beispiel in Deutschland sie jetzt tatsächlich überlegen, wirklich große Veranstaltungen zu machen. Also ich sage jetzt so Richtung Stadthalle, sowas in dieser Größenordnung, vielleicht gar so vielleicht. Weil sie schon der Meinung sind, jetzt haben wir es schon so viel mit kleinere Locations gesehen und eigentlich ist es in einem größeren Venue blödsagt leichter, um die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Natürlich ist es kostenspieliger, aber es ist insofern leichter, wenn du mehr Platz hast. Richtig. Die Belüftung ist vermutlich sogar besser. Genau, die Belüftung in solche Locations ist viel viel besser. Du hast dort von Haus aus mehr Eingänge, mehr Ausgänge, das alles. Du hast mehr Bars, wo du an unterschiedliche Sachen holen kannst. Also das ergibt irgendwie einen Sinn, auch wenn es ein bisschen counterintuitive ist, dass bei einem größeren Venue, wo im Endeffekt auch mehr Leute drin sind, werden es trotzdem sicherer werden. Aber auf der anderen Seite, wenn du denkst, das hat ja im klassischen Bereich schon noch Konzerte gegeben. Ja, ja voll. Das sind ja natürlich von Haus aus schon Sitzkonzerte. Eben, ja. Aber da waren viele Leute, weißt du was ich meine? Ja, ja. Wie gesagt, du hast ja trotzdem Musikvideos gemacht und gepodcastet haben wir ja trotzdem. Also wir tun ja dennoch weiteres für unsere Community. Dann, ich habe mit Call Your Mothership ein Livestream-Konzert gespielt. Yes. Wir proben auch. Wir haben wir proben mit einem Konzept. Und wir arbeiten, wir arbeiten im stillen Kämmerchen an neuen Stuff. Ja. Jetzt, wo viele Bands sagen, so auf Live-Konzerte, das geht jetzt im Moment nicht so wirklich. Was ist überhaupt der Sinn? Warum soll ich jetzt als Band etwas weitermachen? Ja. Ich kann ja nichts gescheit präsentieren und so weiter und so fort. Ja. Das habe ich oft gehört. Da habe ich mir gedacht, so. Natürlich, natürlich ist das ganze Online- und Web-Ding keine Lösung, sondern nur ein Substitut für etwas. Aber es gibt einen auch eine Challenge, mal was Neues zu probieren. Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch etwas großartiges Neues gemacht. Aber zum Beispiel, was ich vorher noch nie gemacht habe, ist dieses Instagram-Live-Thing. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, das ist die erste Live-Session in meinem Leben. Und sie wird gleich live ins Internet übertragen. Also ich meine, wir hatten zwar mal ein Konzert in der Szene Wien, das haben wir live mitgeschnitten und gefilmt. Ja, das hast du ja eh produziert. Aber das ist ja nicht live live, weil das Ding ist danach noch vom Victor Sohm, von Karl Leuth und Brennkirchen, schon noch produziert worden, gemischt und gemastert und noch ein bisschen zurechtgerückt, damit es nicht ganz so janky ist. Genau. Und da war dann das erste Mal so wirklich, ja okay, gut, ihr seid es jetzt und fuck it, we do it live. Ja, ja. Das ist es jetzt und das, was du tust, ist Carlton Sound Forever. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wie kann ich mir diese Situation darstellen? Wie kann ich das üben? Und habe halt in der Woche davor an zwei Tagen einfach meine Kamera mal hingestellt. Einmal nur mit dem Handy, einmal dann auf Facebook und auf Instagram. Weil dann habe ich gedacht, okay, gut, das sind mehr Bildschirmen, schau es nicht mehr an. Man, es war super janky und alles. Ja. Aber es war trotzdem lustig und die Leute haben, also es gab Leute, die haben sich das angeschaut und mitkommentiert und ein paar haben sich gefreut und sich das gemacht und das haben sich interessant gefunden. Und primär habe ich es natürlich gemacht, damit ich das nochmal promoten kann. aber auch, damit ich sehe, wie das ist, etwas zu spiegeln. Das kommt real life dann ins Internet. Ja, und ob ob gleich einmal 80 Leute in den Kommentaren spielen. You suck! Es sind nur 40. Okay. Aber ich habe immer Leeway, weil ich sage, ich bin eigentlich Bassist. Ich kann das eigentlich nicht. Also, basically, ich bin so der Praktikant, der das probiert das erste Mal. Das ist immer, also, people go easy. Ja, das war, das hätte ich nie gemacht, zum Beispiel, wären wir nicht in dieser Situation, in der wir jetzt sind. Es gibt ja eh viele, sogar viele Musiker, die damit, jetzt international gesehen, die damit angefangen haben, eigentlich schon von sich aus vor ganzen Lockdowns weltweit und so. Eben auf Twitch. Mhm. Und ich glaube, das hat sich jetzt nur mehr intensiviert. Ja, vor. Twitch hat gerade seine eigenen andere Probleme, aber die können wir irgendwann anders besprechen. Ja, ja. Das ist zu groß. Ähm. Ja, vor. Aber da hat man, da hat man auch das Gefühl gehabt, okay, gut, das macht halt der, ähm, der HiFi oder der Lee. Der Herman Lee. Ja, weil man die halt kennt und die haben eh schon ein Following und das sind eh so Exoten und die können sich das leisten im Sinne von, okay, da kommen auch genug Leute. Ja. Aber sagst du, ja, fuck it. Weil, äh, du musst nicht immer davon ausgehen, ah Gott, wie kann ich was machen, dass ich, dass ich Millionen Leute inspiriere und eine Interaktion machen. so, nein, 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 mach's einfach mal, dass du's gemacht hast und hab Spaß damit. Ja. Es ist lustig, seine Freunde am Bildschirm fällen zu sehen und irgendeinen Blödsinn zu schreiben oder mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, so, okay, gut, der spielt Gitarre fürs Internet, der nimmt sich die Zeit, dass er das macht, ich nehme mir die Zeit, dass ich ihn anschaue, weil vielleicht sehe ich etwas, was ich ultra cool finde oder was, wo ich endlich drauf komme, wie er das spielt oder, I don't know, vielleicht ist es einfach nur lustig. Ja, es ist lustig, Leute zu beobachten, wer will da was. Ja. Nein, es gibt, es gibt in der Hinsicht denke ich schon, ähm, weil du es mehr oder weniger angefangen hast mit, ah, ich weiß nicht, was ich machen kann, weil, was bringt's jetzt, ich kann ja eh nicht live spielen. Ähm, eh, klar, ist natürlich blöd, die meisten Bands sind eine Band, weil sie live spielen wollen, weil das ein, ein, ein besonderer Rush ist. Natürlich, natürlich. Aber, aber ich denke, es gibt, es ist, it's the best thing, ja, aber, aber es gibt so viele andere, ähm, Erfahrungen, die es sich, die sich einfach auszahlt zu machen, einfach, weil es, weil es, weil es so bereichernd ist und verbindend und, 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 und ultra funny, ja, mit, mit Corner Mothership jetzt, weil, ja, okay, gut, das, das können wir uns leisten, weil wir sind, wir sind eine Band mit einer Story und einer Fantasiewelt dahinter, ja. Wir haben, äh, jetzt, jetzt gesagt, okay, gut, machen wir, ähm, äh, äh, lassen wir die Leute Fanfiction schreiben, ja, und, und, und belohnen die Leute dann dafür, dass, dass ich ihren Charakter dann implementieren, unsere Story und vielleicht eine Kleinigkeit für sie schreibe, ja, und ihnen Merd schicke und so, ja, und so entsteht dann eine Interaktion, und sagen, das ist voll geil, weil du als random Person, ich meine, ich kenne die alle, ja, ja, aber, äh, vergrößerst meine Welt auf einmal und tust, gibst etwas zum Mothership dazu, ja, und, 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 und da kommen tatsächlich Sachen rein auf einmal, ja, ja. Und, äh, das ist dann zum Beispiel etwas, das, das verbindet einen und da können wir dann irgendwann einmal drüber reden, wenn wir wieder vor der gleichen Bühne stehen, wenn eine Band spielt. oder so, ja. Aber was, was, was glaubst du, ist sowas, was jetzt gerade eben Lokalbands, die, ähm, nicht ein, ein, ein Lore-Konzept haben? Machen Lore-Konzept. Ähm, nein, aber ich denke, man kann, man kann ja einfach, eh mit so wenig Mittel, ähm, schon was Lustiges machen, die, 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 ja, wir haben da eine Kamera stehen, die gut ist und Licht und was weiß ich was alles, aber jeder hat so ein Ding und hat eine Kamera, ja. The best camera you have is the one you have with you. Und macht es auch, also, so, auf the top of my head, jede Band kann ein Live Q&A machen, zum Beispiel. Oder kann einmal, kann einmal Dacheles reden, über, ähm, dass sie vielleicht das Gefühl gehabt haben, ihr Output ist nicht verstanden worden, ja. Oder kann über Intentionen reden, hey. Weißt du, weißt du, sorry, das kommt mir jetzt gerade. Ist okay. Ich hab, ich hab gern, und ich glaube, es ist jetzt einfach schon wesentlich viel, viel weniger ein Ding worden, ähm, Directors Commentary. Ja, voll. Ich mein, das nennt man, das nennt man heutzutage Reaction-Videos. Ja, halt. Sozusagen. Nein, weil ich hab noch nicht gesehen, ähm, Meshuggah reacts to Bleed. Ach so, so. Ja, 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 das mein ich eh. Eben. Ähm, so mein ich, weil du gesagt hast, redest einmal, ob irgendein Output verstanden ist. Das wäre vielleicht cool, das würde mich tatsächlich bei ein paar Bands interessieren. Ja, erklärt, warum habt ihr das so gemacht? Ja, oder wie ist die, wann ist dieses Riff entstanden? Ja. Wie habt ihr den Song geschrieben? Wer hat den Song geschrieben? Ähm, wo habt ihr das recorded? Was sind lustige Stories aus dem Ding? Behind the scenes. Und das kann man einfach machen, weißt du eh, da lässt im Hintergrund. Und das muss aber, ich finde, das muss man nicht unbedingt ausproduzieren und so vor, sondern wirklich schreiben, hey, nächste Woche Freitag, kommt's alle live dort und dort, ja. Wir reden über dieses und jenes Thema. Oder gibt es Themen, über die ihr reden wollt? Oder wir haben Thema A, B, C, ja, wir machen einen Poll, ja. Was interessiert die meisten Leute? Und über das reden wir am meisten, ja. Voll, das kann auf jeden Fall sein. Und ich glaube, da hat auch jeder die Mittel. Ja, und, und, honestly, das habe ich mir jetzt nicht vor dem Podcast ein paar Stunden überlegt, sondern das ist mir jetzt gekommen. Ja, ja, ja. Und ich bin mir sicher, jemand, der mehr Grips hat als ich, kommt und sich Zeit nimmt, ja, kommt auf was geileres. Ja. Not a fucking problem. Ja. Das ist das eine. Das Internet ist ein, ist ein, ist ein super simples Werkzeug, ja. Nimm's in die Hand und mach mit dem whatsoever. Kommunizier mit den Leuten und mach sie zu einem Teil von deinem Projekt. Voll. Ja. Voll. Ich denke, da kann man sich eigentlich, das hört sich vielleicht so blöd an, weil es ist ja, es ist ja eigentlich auch wieder nichts, was jetzt noch nicht vorher gemacht wurde. Eh nicht, eh nicht. Aber ich sage nur, das können sich nicht nur die Big Bands leisten, sondern jeder. Genau, das ist es eben. Das sind diese Sachen, die man, die man von den großen Jungs kennt. Und auch wenn man jetzt eine, eine lokal underground Band ist mit 100 Follower. Ja. Hey, es sind immerhin 100 Leute, die denken, das ist cool. Und das hat mir irgendwann gefallen. Wenn's, wenn's, wenn's. Oder ladet. Wenn's auch von denen nur ein paar erreicht. Das ist ja schon. Oder ladet eine andere Band ein und redet über die jeweils andere Band. Zeigt euch Sachen. Das ist unser Format. Das haben wir schon. Ja, das kann ja jeder. Oder, oder macht Reaction Videos zu lokalen Bands und dann, und lasst euch so richtig aus. Und dann gibt's der anderen Band einen Freibrief und sagt so, hey, und jetzt könnt ihr auch einmal. Ja. Macht nicht Reaction Videos zu Eskimo Callboy. Link in der Description. Ähm. Sowas zum Beispiel. Das verbindet die Community dann auch wieder. Ja. Und ich meine, was man eh, das war irgendeine Frage, die wir in einem Q&A gehabt haben. Und ich hab leider vergessen von wem sie war. Eine Art Lokal des Roadrunner United Ding. Ich bin immer noch dafür. Oh. Ja. 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 War. Das ist, das ist eh auch eine Frage, weil, weil natürlich ist das jetzt, ähm, oder Frage ist eher ein Thema. Ähm. Man hat jetzt, weil man nicht so viel spielt, hätte man mehr Zeit, um zu schreiben. Insofern man halt keinen Writer's Blog hat oder was auch immer. Ähm. Wie, wie viel glaubst, oder wie leicht ist es für Leute, um komplett remote Musik zu schreiben, ohne sich zu treffen? Wie ist das für dich? Also ich hab, ich hab absolut, äh, keine Technologie mehr. Ich hab das alles, alles irgendwann einmal verkauft, weil ich eh selber nichts recorded hab. Nicht zum Recorden, wirklich nur zum, zum, zum Schreiben. Es gibt ja Bands, die, die sich tatsächlich im Program treffen, um dort an einen Song zu schreiben. Ja, ja. Natürlich hat das seine Vor- und Nachteile, aber, ähm, das ist meistens dann, wenn, 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 wenn wirklich mehrere Leute ihren, ihren, ihren Zenf-Zoo-Tracks geben und sie so entstehen. Aber, ähm, ich würde mal meinen, dass es genug Möglichkeiten gibt, um richtig 100% remote, ähm, trotzdem zusammenzuarbeiten. Das gibt's auf jeden Fall, ja. Ich glaub schon. Das müsste man halt... Nein, das gibt's schon, meine Frage ist eher... Was auschecken, aber ich glaub, dass die Learning Curve ist da sehr, sehr steil. Und wenn man, wenn man schon zu Hause was recordet, dann... Du meinst, die Learning Curve ist nicht steil. Wenn sie steil ist, ist schwierig. Echt? Ist es nicht, wenn die Learning Curve steil ist, dann lernst du schnell viel? Nein. Nein. Wenn die Learning Curve steep ist, dann brauchst du lang, bis du's gelernt hast. Ah, okay. Dann ist die solche Plätze an. Ja. Timeskill? Oder wie? Ah, wurscht. Okay. Ja, das was er sagt. Super. Wieder was gelernt. Nein, aber ich hab eher spezifisch auf dich bezogen. Es gibt natürlich Bands, die das schon längst machen oder können. Ich mein, schickst Guitar Profiles hin und her. Eben. Aber was ich glaube und wie das für uns ist. Nein, wie es für dich ist. Jetzt im Moment habe ich komplett alles an Jesus abgegeben und der hat jetzt das Wheel und der fährt das Ganze. Ja. Okay. Ich muss sagen, ich habe auch noch nie, noch nie remote was gemacht. Ich kann es mir allerdings super gut vorstellen. Ja. Und es ist sicher nichts, sicher nichts super Schwieriges. Ja. Und eben, wie du sagst, die Low-Tech Version davon ist, ich mache es halt alles auf Guitar Pro. Ja. Ja, du tappst es an. Ja. Klingt zu einer Super Nintendo. Und ja. Nintencore ist immer noch. Nein. Nicht für mich. Oh, das ist jetzt, das geht weit zurück. Eine Lokal-Band von meinen Early Days heißt Lokal Fenlo und Umgebung. Two Days Left, das war zu einer Zeit richtig Nintencore. Okay. Die haben wirklich so Nintendo, also haben sie das live gespielt? Habt ihr einen Keyboarder gehabt, der nach Game Boy gegessen hat? Nein, es waren Samples. Es waren Samples, aber sie haben richtig die 8-Bit Super Nintendo Sounds öfters mal eingespielt. Also so Forrest the Band oder so. For, for. Und, und, und. Die schreiben im Übrigen an einer neuen EP, by the way. Gibt es wieder. Ah. Deren damaliger Songwriter und mehr oder weniger Creative Mind ist jetzt ein Sound Engineer in Holland. Macht so Epica und Within Temptation. Also auch kein Beveler. Nein, das war ziemlich cool, also zu sehen, von wo er kommt und wo er jetzt Sound Engineer ist. Die Musik, die es selber macht, ist immer noch, I don't understand it. Das ist ja einfach beyond my comprehension. Das ist dann meistens so, I don't know, es ist, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall irgendwas Black, aber es ist nicht Black Metal, aber es hat irgendwie doch so eine Black Metal Ästhetik. Ja. Aber es ist dann auch wieder so ultra schnell und Elektro und Gitarren und Schreien und Lärm und I don't know. Ja, muss, muss. Ich glaube, wenn du zu lange Sound Engineer bist, das wären wir auch. Ja, ich glaube, wenn du Sound Engineer bist oder halt Produzent, irgendwann zuckst aus und so far beyond. Ja, ist dein eigenes. Alles ist zu konventionell und du bist. Ja, ja, voll, voll. Das bin ich fest, also da bin ich fest davon überzeugt. Ja. Das ist ein Nintendo Call. Schade. Two is left. Band gibt es eh schon seit 10 Jahren nicht mehr. Geil. Na gut. Ich würde sagen, wir bringen das zu einem Ende. Soweit. Ja. Das heißt, was ist uns wichtig? Dass die Leute aufeinander schauen. Ja, und ich meine, es soll, es soll jeder natürlich die Risiken für sich, sich einschätzen, und abwiegen und das machen, was er für angemessen hält in Sachen Risiko. Aber eben auch, wie du sagst, es ist irgendwo eine Naturgewalt und egal, wie du für dich dein Risiko minimierst, heißt das nicht, dass andere Leute dieses Risiko genauso eingehen wollen oder noch mehr reduzieren können wollen. Es ist schwierig und da muss man einfach alles Mögliche respektieren und eben viel Geduld sein. Beim eigenen Handeln auch nachdenken. Warte, das ist vielleicht gut für mich, aber vielleicht nicht so leibend für andere Leute. Genau. Vor allem. Passt. In diesem Sinne. Schaut's auf euch. Live. Subscribe. Gesund bleiben. Und... Stay big. Stay big. Stay big. Yeah. What the fuck is my cocky? So cold. I'm 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 so cold. Untertitelung des ZDF, 2020